Mit den stabilen Hollywood-Schaukeln von Bayerwood können Sie Ihre Freizeit neu genießen. Bei uns in Bayern brauchen wir schon was Stabiles und was Bequemes. Typisch für Bayerwood-Schaukeln ist die solide Bauweise. Ich verwende gerne Kunst-Sampfseile, weil die quitschen nicht und fühlen sich gut an. Es gibt auch andere Schaukeln, wie zum Beispiel das Modell Keitersberg. Die Verschraubung mit den Simplex-Verbindern kann jederzeit nachgezogen werden. So bleibt das Gestell stabil wie am ersten Tag. Auf der Rückenlehne können Sie bequem Ihren Arm ablegen. Kunst kommt eben von Können. Wir haben lange etwas Uriges, Stabiles gesucht. Und jetzt haben wir es gefunden, dass es einfach reinpasst. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017